Die neue Instation von Busch Welcome 2 Rad, die 4,3 Zoll Instation mit WLAN, bietet zwei besondere Vorteile. Neben dem eingebauten IP Gateway, also der App-Schnittstelle, bietet sie auch den Vorteil, dass wir über 260 Euro preisgünstiger sind zur aktuellen Lösung. Wie das alles funktioniert und was es noch für weitere Vorteile zu dem Produkt gibt, erzählen wir euch gerne auf der Leit & Building. Daher kommt gerne bei uns am Stand vorbei und wir berichten mehr. Bis zum nächsten Mal.